Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Es tut mir so leid, dass jetzt zweimal, meine ich, kein Video gekommen ist. Aber mir ging es echt nicht gut. Das werdet ihr wahrscheinlich auch gleich hören. Alter, sie ist so dunkel, ne? Holy fuck, wie kann man so fucking dunkel sein? Wie kann man so unfassbar dunkel sein? Aber süß, dass sie dachte, dass ich sie dort nicht sehe. Ja, das ist knuffig. Das ist auf jeden Fall sehr knuffig. Ah, guck mal. Ein Feuerwerk für dich. Klar wurde jetzt mein Totem gefunden. Wie sollte es denn auch anders sein? Ich dachte, die würde da durchgehen. Okay, wo ist die andere? Wo ist denn die, die... Holy shit, ah. Ah. Easy! Ah, nein, das war jetzt, äh... Ich weiß auch nicht, was das war. Hi. Na, Schnecker? Wie lange ich mir gesehen war? Ach ja. Na, dann nehmen wir sie mal hoch. Sagt gleich, äh, D-Strike. Hallo. Ja, sagst du hallo? Ja, sagst du hallo? Ja, sie sagt hallo. Da ist sie. Ja, ich hab sie gehört, dass sie runtergegangen ist, runtergefallen ist. Wow. So. Da haben wir die... Wow, die machen einfach Generatoren weiter. Die machen einfach Generatoren weiter. Das gibt's doch nicht. Sag mal bitte, was hier der Keller ist. Natürlich ist es ja nicht der Keller. Fuck. Ich brauch neue Beile. Äh, ich muss auch, ähm, mit Anna einfach öfter die Beile einsetzen. Ist krass. Zwei Minuten. Lol, die sind alle hier. Zwei Minuten und die haben einfach schon, äh, zwei Generatoren. Oh, da oben. Ich glaub, da oben ist jemand. Wir holen einfach mal Beile. Ich brauche Beile. Ja, wusste ich doch, dass da jemand ist. Ich bin grad mega aufmerksam, wo sie hingegangen sein könnte. Da hinten. Aber eigentlich will ich sie gar nicht. Eigentlich will ich sie gar nicht. Lol. Lol. So. Ähm, der Generator hinten. Ja, und der ist jetzt auch gleich fertig. Krass. Ja. Scheiße, ah. Was mach ich denn hier falsch? Ähm. Tatsächlich war ich, tatsächlich war ich nicht an den Generatoren. Fuck, das ist jetzt auch noch einer. Ja, klasse. Gut, und Ruin wurde schnell gefunden. Das Ding ist, wenn ich... Das Ding ist, wenn ich... ... ... ... ... ... ... ... ... Wo ist sie? Wo ist sie? Dankeschön. 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 Da ist auch nur ein Haken. Ja, hier ist einer. Okay. Ich habe nichts gesagt. Ich habe nichts gesagt. Wow, die haben jetzt auf jeden Fall die Generatoren zügig, zügig durchgezogen. Sehr zügig durchgezogen. Ähm. Da bist du. Willst du mich jetzt verarschen? Oh, hier ist noch jemand. Hier ist noch jemand. Äh, ich muss aufpassen, dass sie das Tor nicht aufmachen. Schnee, es tut mir so leid, aber wie soll ich jetzt hier weggehen? Wie soll ich jetzt hier weggehen? Ich habe noch zwei Beile. Das sollte ich auch ändern. Jupp, jupp, jupp. Da nehmen wir uns welche. Wow, kommt mir das nur so vor, oder ist es hier wirklich so scheiße dunkel? Kommt es mir nur so vor, oder ist es hier wirklich so kattdunkel? Hi. Hi. Hi, mein Täubchen. Hi, mein Täubchen. So, hier war noch irgendwo eine Clodette. Ach, da ist der Ausgang. Nee, 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 nee. Dich nehme ich jetzt hoch. Ähm. Ich war einfach zu langsam. Ich glaube, ich war einfach zu langsam. Ähm. Das hätte schneller gehen müssen. Und ich hätte öfter zu den Generatoren gehen müssen. Weil ich finde, so habe ich die eigentlich schnell bekommen. Also, ich weiß, es war jetzt nie so ein Fenster mit dabei, so ein Zeitfenster, wo ich gedacht hätte, so, ja, da war ich ein bisschen lahm. Oder da habe ich zu lange gebraucht. Oder habe zu lange gesucht oder so. Vielleicht, als ich Mac kurz am Tor verloren habe. Ähm. Aber die haben auf jeden Fall die Generatoren durchgezogen. Ist ja auch ihr gutes Recht. Äh. Hätten wir ja auch so gemacht. Aber wirklich zufrieden bin ich jetzt mit dieser Runde nicht. 13.000 Punkte habe ich nur. Wow. 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 Ist das schlecht. Na, keine Ahnung, was da los war. Ich, ähm, habe übrigens hier nebenbei noch ein bisschen Tee liegen. Stehen. Ja, ein bisschen Tee liegen. Weißt du? Liegt hier in der Ecke rum. Sagt Hallo. Sagt Steffka. Wenn du mich brauchst, dann nimm mich. Und stell mich hin. Oh, das tut gut. Tee ist immer. Boah, Tee ist super geil, wenn man krank ist. So. Ähm. Ich weiß nicht, was ich da für eine Kacke jetzt gerade fabriziert habe. So, was ist mit deinem Ping los, mein Freund? Was ist mit deinem Ping los? Hab ich keine Lust drauf. Deswegen gehe ich jetzt auch raus. Ähm. Ja, ich überlege die ganze Zeit. Ich glaube, das war einfach, ähm, ich hatte ein gutes Survivor. Die haben sich einfach nicht drum gekümmert. Die beiden haben sich immer gegenseitig runtergeholt. Ähm. Also, Mech und Dwight war das, glaube ich, gerade eben. Ja, da hatte ich einfach Pech. Da hatte ich einfach Pech. So. Was ist mit deinem Ping da hinten? Oh, er wird grün. Oh, er wird grün. Oh, er wird grün. Ähm. Ich finde auch, die Beile habe ich gut getroffen. Tja. Das hätte alles ein bisschen besser laufen können. Guck mal, wir nehmen mal das hier mit. Ja, wir nehmen mal das hier mit. Äh. Schauen wir mal, ob es funktionieren wird. Ja. Mech. Bitte. Gehen Sie auch bitte auf bereit. Beständig. Eigentlich will ich auch gar nicht... Beständig mitnehmen. Eigentlich würde ich gerne... Ja, oder? Ich nehme einfach gar nichts mit, ne? Also, oder ich lach's einfach beständig. Ich hätte gerne Nuskolling. Aber Nuskolling auf E habe ich nur auf 1. Hätte ich gerne mindestens auf 2. Ähm. Oder natürlich am besten auf 3. Da muss ich sie einfach noch ein bisschen... Da muss ich noch ein paar Blutpunkte ausgeben. Mal gucken. Ja, das sollte ich vielleicht machen. Ach, ich will so viele Blutpunkte ausgeben. Kann man sich gar nicht entscheiden. Äh. Ich mag nur Anna jetzt wieder, ne? Also, Anna und ich haben wieder zueinander gefunden. Was mache ich denn da? Ich glaube, ich werde gleich einfach mal ein paar Blutpunkte einsetzen. Mal gucken. Mal gucken. Ich, äh, lass mich jetzt einfach mal überraschen, wie die Runde wird. Wird schon schief gehen. Ha. Es wird super schief gehen. Was heißt schief gehen? Ich prophezeie, es wird jetzt eine sehr spannende, interessante Runde. Und ich hoffe doch, dass mein Urin, ne? Es ist ja nicht Ruin, es ist Urin, äh, nicht sofort gefunden wird. Ich glaube, hätte man Ruin, nein, Entschuldigung, Urin, äh, in der letzten Runde nicht so schnell gefunden, hätte mir das ein bisschen Zeit verschafft. Das war ja direkt am Anfang weg. Wutsch. War weg. War weg. 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 Wollte nicht mehr da sein. Ähm. Sehr ärgerlich. Sehr ärgerlich. Äh. Ich hoffe, dass es jetzt hier in dieser Runde ein bisschen anders wird. Ich sehe schon mein Totem gar nicht. Natürlich ist das Totem am Generator. Ja. Ja. Ja, natürlich. Und natürlich sieht man es nicht, wenn man von hier kommt. Nein. Nein. Warum sollte man das sehen? Ähm. Warum sollte man das... Oh, nein, ist beständig. Okay, alles klar. Alles klar, beständig. Ich liebe dich. Alles klar, beständig. Ähm. Alles... Wow. Oh, wow. Ja, komm. Ja. Nein, sie hat es verkackt. Oder sie hat es gar nicht eingesetzt. Wahrscheinlich hat sie es gar nicht eingesetzt. Oh, wow. Ah. Ich war ja... Wow. Wow. Ich war ja überhaupt nicht gestunnt, irgendwie gefühlt. Na, wo bist du, mein Herzblatt? Herzblatt ist nicht da. Ähm. Da ist das Totem weg. Da ist das Totem weg. Da ist das Totem weg. Na, du Eime, hast du das gemacht? Ja, hast du das gemacht? Zeig dir mal, wie viel ich davon halte. So viel halte ich davon. Mein Herzblatt. Verkackt auf allen Ebenen. Oh, mein Gott. Den habe ich jetzt gerade verkackt. Herr im Himmel. Heuer die Waldfee. Das war nicht schön. Ich glaube, da ist noch jemand. Ich habe da... Ne, da habe ich keine Lust drauf. Ne, das machen wir nicht. Nein, 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 nein. Oh, warte. Oh, das sah halt ganz kurz so... Da war ja komisch. Das sah ganz kurz so aus, als würde hinter... Als wäre hier... Als wäre hier ein Schrank und dann würde hinter jemand stehen. So, das Ding ist... Die können ja hier nicht weit sein, oder? Oh, ich habe keine Ahnung. Oh, machen wir das kaputt? Ich habe die nicht gesehen. Ich habe die absolut nicht gesehen. Ah, da ist Laurie. Laurie, mein Engel. Laurie, mein Engel. Ich will... Eigentlich will ich mehr mit den Beinen werfen, aber ich will die jetzt auch nicht verschwenden. Wenn ich sie jetzt so kriege. Ist ein bisschen schwierig. Ich weiß, man sollte eigentlich immer die Beile anwenden, aber... Ja, dafür habe ich jetzt zum Beispiel ein Beil mehr und muss nicht sofort zum Schrank gehen. Ich weiß nicht. Ich spiele einfach mal so, weil ich denke, dass es richtig ist. Da ist noch der Rabe. Das ist aber nicht so gut. No, 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 no. No, die haben immer noch keinen Generator. Warum haben die immer noch keinen Generator? Gut, ich darf mich nicht beschweren. Ähm... Ah, guck mal. Okay, sie läuft. Warum auch immer. Ist sie... Watt, 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 watt. Okay, sie guckt gar nicht nach hinten. Alles klar, sie guckt gar nicht nach hinten. Sie guckt gar nicht nach hinten. Fuck, den hätte ich treffen müssen. Manchmal ist es auch einfach, äh, einfacher, äh, einfach geradeaus zu fahren, äh, zu gehen. Zu fahren. Ich bin auch so eine Fahrliese, ah. Weil ich denke immer, die geht nach rechts oder nach links. So dumm. Ich habe nur einen Ball. Steffka, verkack es nicht. Steffka, was hast du gerade gesagt? Du hast jetzt nicht verk... Was ist mit dir? Hallo, warum, warum, warum? Warum... Warum hast du dich jetzt so... Oh mein Gott. Kann es sein, dass ich so ein bisschen durch... Dass ich so ein bisschen durchgeworfen habe? Ne, wobei, ne, 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 ne. Es ist an ihr vorbeigegangen. Es ist an ihr vorbeigegangen. Komm her. Kommst du mir? Anna hat dich lieb. Ich glaube, das war einfach Kacke von mir geworfen. Es sind die Leute, die sich so bewegen. Also, da hast du mittlerweile so eine leise Ahnung, was da passiert, wie das passiert und so einen Kack. Aber, ähm... Aber dann laufen die einfach mal geradeaus und du verkackst es einfach so hart. Oh. Und du verkackst es einfach so hart. So, dich nehmen auch mit. So, jetzt müssen die beiden anderen eigentlich hier, ähm... Von Generator da hinten weggehen. Und beide holen. Jo, einer macht das schon. Einer macht das schon. Das ist jetzt so ein Billy, ne? So, pfiou. Bist du dort? Oh, ein Nurse. Hier ist noch einer. Da. Da bist du, äh... Da bist du, äh... Da bist... Du, ich werfe, bescheuert! Warum werfe ich bloß so scheiße? Äh, ich will die Mech nicht aufheben. Die hing gerade. Ja, Anna. Du darfst, äh... Auch schneller werden. Ähm... Es sei dir erlaubt. Anna? Anna! Anna! Äh, wollte sie einfach nicht. Dann eben nicht, ne? Dann machen wir es eben so. Ähm... Ich wollte jetzt Mech nicht sofort aufhängen, weil die jetzt einfach gerade hängen und... Mach ich nicht. Geht zwar dann schneller, ist dann auch schneller für mich. Ähm... Aber... Die haben noch drei Generatoren zu machen. Das machen wir alles mal jetzt hier ganz langsam. Okay, der ist da hinten. Was... Was chillt denn der da hinten? Oh, den finde ich, glaube ich, nicht. Was? 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 Nee, nee, nee. Bringt gar nichts, da hinzugehen. Bringt absolut null, da hinzugehen. Okay, ich... Ich drücke mal und schlücke einen Tee. Slalom-Arms, Slalom-Baby. So, wo sind die beiden anderen? Oh, lol. Ähm... Okay. Alles klar. Damit habe ich nicht gerechnet, ehrlich gesagt. Damit habe ich nicht gerechnet. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Ich glaube, hier kann ich gar nicht drüber werfen, oder? Oh, süß, ja. Das war ja knuffig. Und das war ja wirklich süß, ne? Also, ähm... Ja. Das war sehr süß. Ich habe den ja gar nicht gesehen. Ohne Witz. Ich habe den da überhaupt nicht wahrgenommen. Der ist einfach... Ich glaube, tatsächlich, wäre er sogar da hinten... Äh, dahinter, äh... Sitzen geblieben. Hätte ich gar nicht mitbekommen, dass er da war. Ich hätte auch nicht geschaut. Ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da irgendjemand ist. Heieieieiei... Heieieiei... Heieiei... Heieieiei... Also, ich war auf jeden Fall sehr positiv überrascht, dass da auf einmal... Äh... Auf einmal... Gott. Äh... Ich glaube, tatsächlich... Krass, den habe ich gar nicht gesehen. Ich glaube, die sind nicht so gut. Aber ich spüre heute auch Kacke. Ähm... Ich... Bei mir liegt das wahrscheinlich einfach daran, weil... Oh, mein Kopf... Mein Schädel... Äh... Brummt noch ein bisschen. Oh, hi. Warte, ich kenne dich noch gar nicht, ne? Wir kennen uns noch gar nicht. Wir kennen uns noch gar nicht. Ja, hallo! Oh, da hinten, da hinten, da hinten sind Fußspuren. Ähm... Werde ich nicht mein Liebster? Probieren wir... Komm, wir wagen es einfach. Heieieiei... Oh, mein Gott. Ja, komm, komm. Hopps hat aber keinen Haken. Oh, lol. Okay. Ähm... Alles klar. Ich dachte jetzt tatsächlich, die wäre dort in der Ecke. Und ich glaube, sie sucht die Luke, aber ich meine, die Luke ist noch gar nicht gespawnt. Oh, ich bin gespannt, ob sie ihn retten geht. Hi. Oh, das ist klar. Ich glaube, sie hat gepennt. Also, ich weiß nicht, was mit ihr ist, aber sie war auf jeden Fall gerade nicht da. Heieiei... Heieiei... So. Aha! Da habe ich dich. So, diesmal habe ich jetzt einfach mal weiter geradeaus geworfen. Oder, ähm... Ich wusste, dass sie jetzt hier nur nach links kann. Ähm... Ein Bürgschen nach links geworfen. Das hat tatsächlich funktioniert. Also, einfach ruhig bleiben. Gucken, wie die spielen. Das ist ja verrückt, ne? Jedes Mal denkst du, dass sie ausweichen und dass sie da voll die geilen Moves machen. Und, ähm... Ja. Dann verkackst du es, weil die einfach geradeaus laufen manchmal. Und, äh... Ich glaube, damit hatte ich mich... Darüber hatte ich mich mal mit Naka unterhalten. Manchmal ist es auch einfach besser, einfach die ganze Zeit geradeaus zu laufen. Oh, guck mal, ich habe getroffen. Ich finde das immer so schwierig. Es ist zu schwarz. Ich sehe das nicht. Ich sehe auch nicht, wenn der Killer jemanden aufhängt. Ob der Killer zu mir kommt oder weg geht, wenn ich dann... Oh, da ist die Luke. Oh, da war die Luke vorher nicht. Verdammt. Ähm... Ja. War aber trotzdem eine interessante Runde. War ein bisschen... Ich habe die jetzt zwar alle bekommen, aber es gibt spannende Runden. Also, doch. Doch, auf jeden Fall. Ich habe jetzt ein paar Punkte. 23.000. Ich finde immer noch mit Hilvili und mit Nurse kriegst du die meisten Punkte. Weil die haben echt wenige Punkte. Heiaiaiaiaiaiaiaiai. Die haben echt wenige Punkte. Ähm... Ja. Vielen lieben Dank, dass ihr zugeschaut habt. Euch noch einen wunderschönen Abend. Passe euch auf. Und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge oder im Livestream wieder. Bis dann, meine Lieben. Tschüss.